Ganz entscheidend ist natürlich die zweite Präsenzveranstaltung, also die Präsenzveranstaltung, bei der die Studenten zum ersten Mal vorbereitet kommen müssen und wahrscheinlich einige nicht vorbereitet sind. Ein Fehler, den man machen kann, typischer Fehler ist, in der zweiten Veranstaltung zu fragen, wer hat sich denn alles vorbereitet oder wer hat alles die Videos geschaut? Dann melden sich 50 Prozent. 80 Prozent haben sich vorbereitet, aber nur 50 Prozent melden sich, weil der Rest denkt, sie kommen gleich dran oder so. Was mache ich dann? Ich sehe, 50 Prozent haben sich nur vorbereitet. Oh Gott, ich bringe mich selbst in eine doofe Situation. Soll ich die andere Hälfte jetzt rauswerfen, dann komme ich autoritär rüber, will ich nicht. Soll ich was zusammenfassen, dann denken alle, okay, ich muss mich nicht vorbereiten, wird da zusammengefasst. Also nicht fragen, nicht fragen, wer ist vorbereitet, sondern ich komme rein und sage den Studierenden, also herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung. Heute ist das Thema, keine Ahnung, Aussagenlogik. Holt mal alle eure Vorbereitungen raus und vergegenwärtigt euch nochmal, was ihr gemacht habt und redet mit Nachbarinnen und Nachbarn, ob es irgendwelche Fragen gibt, die wir noch klären müssen. Also ich gehe gleich in eine Think-Per-Share-Phase. Studenten holen ihre Sachen raus, reden miteinander, Murmel, 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 Murmel. Ich laufe rum, kann so ein bisschen mithören, was wird geredet, kriege so ein Gefühl dafür, wo liegen vielleicht Probleme und komme vielleicht am einen oder anderen vorbei, der nichts rausgeholt hat, der hat sich nicht vorbereitet. Dann verwickele ich den in ein Zweiergespräch, sage, nicht vorbereitet, schlecht, du bleibst sitzen, du wirst aber sehen, du kannst gleich nicht mitmachen und so weiter. Das heißt, ich wirke auch noch so ein bisschen pädagogisch bei den wenigen, bei denen ich das feststelle. Dann komme ich nach vorne und dann sammle ich die Fragen von den Studenten und wir gehen in die Fragenbeantwortung. Also ich, eine Frage hat ein Student gestellt und dann sage ich, okay, ist die Frage klar, jetzt wieder Think-Per-Share an alle, mit dem Nachbarn, mit der Nachbarin Antwortmöglichkeiten diskutieren. Und dann sammle ich die Antwortmöglichkeiten, wir besprechen die Frage und jemand, der sich nicht vorbereitet hat, der merkt relativ schnell, aha, okay, hat gar nicht gefragt, ob ich vorbereitet bin. Es werden Fragen gesammelt, die ich nicht verstehe, ich kann keine Antworten überlegen, ich verstehe die Antworten nicht und so weiter, weil die Fragen schon auf relativ hohem Niveau sind, weil es stellen ja nur die Fragen, die sich auch vorbereitet haben, sodass relativ schnell klar ist, ich meine es ernst. Und ich glaube, das ist ein gutes Verfahren, dass die Studierenden merken, okay, ich kann hier wirklich in der Präsenz nur mitarbeiten, wenn ich mich vorbereitet habe. Es wird immer irgendwelche Studenten geben, die sich nicht vorbereiten, aber irgendwo endet auch meine Verantwortung als Lerender. Also ich gebe Ihnen jede Menge Unterstützung, ich gebe Ihnen Materialien, ich gebe Ihnen Hilfsangebote, Tutorien, Sie können in meine Sprechstunde kommen, ich habe ein Online-Forum, bei dem Sie Fragen stellen können und, 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 und. Also jede Menge Unterstützungsangebote. Und wenn dann Studierende sich nicht auf dieses Konzept einlassen, dann ist es auch ab einem gewissen Punkt Ihre Verantwortung und es sind alles erwachsene Menschen. innen.